Die Hanne ist schlecht. Versprich mir, Julian. Gut, ich versprich's. Ich werde die Hanne nie zur Frau nehmen. Nein, Hanne, es ist ja nicht wahr, dass du mich nicht mehr haben willst. Lass mich! Au! Burmann Henschel. Die Geschichte eines einfachen Mannes, dem das Schicksal in eine Schuld verstrickt, aus der er sich nicht befreien kann. Mit Walter Richter, dem grandiosen Darsteller der Titelrolle, warmherzig, geradlinig und treu. Mit Nadja Tiller, die in der verführerischen Dienstmarkt Hanne Schel ihre Rolle gefunden hat. Das geht nicht. Schenst du dich nicht? So ein starkes Mädchen. Mit Wolfgang Lutschi, als verschlagenem Kellner- und Frauenliebling und Richard Romanowski, der voll väterlicher Güte hilfreich einzugreifen versucht. Jetzt haben sie andere Pflichten, Pflichten sich selbst gegenüber. Hanne, ich habe für dich meinen Schwur gebrochen. Weißt du warum? Weil ich dich liebe. Wie ich sie verstehe. Ich habe ja auch den Glanz des großstädtischen Lebens genossen, als ich noch beim Theater war. Bautzen, Glogau, Aussicht an der Elbe. Ach, Georg. Und das andere? Das mit Georg? Schwester, das auch? Nein, Wilhelm. Frau Henschel, Sie haben mir schon hundertmal gesagt, dass ich Ihnen Ihren Mann wegnehmen will. Und ich habe Ihnen hundertmal gesagt, dass es nicht wahr ist. Fuhrmann Henschel, eine Geschichte, die das Leben schrieb und die der große Dichter Gerhard Hauptmann zum Schauspiel gestartete. Nicht doch, Georg. Aber ja doch, Hans. Was bist du für ein Kerl. Ich bin das gerade Gegenteil von Ihnen, Henschel. Halt dein dreckiges Maul. Ich steh nicht so da. Ich will, dass du dich wärst. Aber wozu denn? Ich bin die schwarze Karoline. Nanu, Nanu, was sagst du denn dazu? Herr Henschel, der Georg und die Hanne betrügen Sie am helllichten Tag. Was sagst du? Wenn ich jetzt nicht hinuntergehe, dann wird er dich überall suchen. Dann wird er dich hier finden. Hanne! Ein Film voll Spannung und Leidenschaft. Ein Film, der jeden angeht, der selbst geliebt und gelitten hat. Ein Josef von Baki Film aus unserem Programm, den Sie nicht versäumen sollten. Fuhrmann Henschel. Dinosaurier. Dann wird er bei den Mann und Leidenschaft. Vielen Dank.